Sperrwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor erwägt nach der Nicht-Berücksichtigung für die Olympischen Spiele in Rio rechtliche Schritte. Der DOSB gab bekannt, dass statt Molitor Christina Obergvöll als dritte Sperrwerferin neben der deutschen Meisterin Christine Hussong und der EM-Zweiten Linda Stahl nach Brasilien reisen wird. Hier musste man natürlich dann Entscheidungen treffen, das lag nah beieinander. Und da sind wir dem Vorschlag des Leichtathletikverbandes gefolgt. Er hat das bei seinen Athleten so gehandhabt, dass er die sogenannte Peak-Performance als Kriterium genommen hat. Das hat dann eben auch zu dem Ergebnis geführt, dass Katharina Molitor in diesem Fall nur als Ersatzathletin nominiert worden ist und die anderen drei als diejenigen, die eben dort starten. Die Zahlen sprechen auf den ersten Blick für Obergvöll, die Nummer 7 der Welt. Molitor rangiert nur auf Platz 16 der Weltrangliste. Aber sie warf ihre Saisonbestleistung mit 63,20 Meter erst am vergangenen Wochenende. Obergvölls Wurf auf 64,96 Meter liegt dagegen schon fast zwei Monate zurück. Berücksichtigt für die Endauswahl wurden allerdings die drei besten Würfe der Saison. Berücksichtigt für die Endauswahl